So, kleine Info am Anfang. In dem ganzen Video haben wir bei den Kommentaren zuerst die englische Version und dann folgt die deutsche Version. Viel Spaß! Ho, ho, ho! Dear Armsport and Hellboy friends, we are open the next door in the Hellboy advent calendar and today I would like to show you how you can practice my perfect and favorite exercise, the pull-up at home without any equipment. You need only an open stair and you are doing especially something for your finger power and for your forearm, so just hang on one stair, let the thumbs go and then feet together like Dorsey and then you can start with it. One, two, three. And so, not just the Christmas goose is burning, also your muscles. Merry Christmas, you are Hellboy. Ho, ho, ho! Liebe Armsport and Freunde, wir öffnen das nächste Türchen des Hellboy events Kalender und heute zeige ich euch ganz einfach, wie ihr ohne Equipment zu Hause meine Lieblingsübungen, nämlich die Klimtsüge machen könnt. Ihr braucht dazu nur eine offene Treppe und noch besser bei Füß-für-Arm-Resting, dass ihr dabei noch speziell eure Fingerkraft drin nehmt und eure Unterarme, das bedeutet, einfach an die Treppe ranhängen, vielleicht auch Daumen offen lassen, dann wie Dorsey wieder hacken zusammen, mal bemerken wir die tollen Christmas-Socks und dann geht's auch schon los. Und so brennt zu Weihnachten nicht nur die Weihnachtsgans. Ho, ho, ho! Auf Wiedersehen!